Hey, warte! Ich bin Ella. Sven. Sonja meinte, du wärst liegen geblieben. Bleib doch erstmal noch eine Nacht bei uns und morgen sind wir weiter. Ja, was ist? Willst du nicht mal reinkommen? Liebe Mitlagerantinnen, liebe Mitlageranten, Freundschaft! Wir haben uns heute hier versammelt, um ein Zeichen zu setzen! Ein Zeichen gegen... Gegen das System! Ich bin hier am Arsch der Welt! Sven! Sven! Ich hatte noch nie solche Angst wie heute Morgen, weil ich dachte, du wärst gegangen, ohne dich zu verabschieden. Das bin ich aber nicht. Warum nicht? Ich bin hier amy für are wir… Ich bin hier amy und ich bin hier amy und ich meine Angst, dass wir uns heiligen. Ich bin hier am Ende der Welt.